So, ich habe euch nur kurz zu informieren, dass heute kein Video kommt, weil diese Clips haben keinen Ton gehabt und diese waren komplett gelöscht, hier übrigens noch kleine Jan. Ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen, dort habe ich es schon heute Morgen gesagt, das heisst ja dort milu-tube. Ja, das war es halt schon, bis zum nächsten Mal, euer YouTube!